Schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren, nicen, bezaubernden, wundervollen Park, Dark Souls, prepare to die. Heute wieder mit euren Boys und wir haben eine Mission. Eine Mission haben wir heute. Diese verfickten, beschissenen Gargoyles müssen sterben. Das ist unser Ding. Heute haben wir mal ein bisschen was anderes. Ihr seht schon, hier diese Scheiße. Das ist ein bisschen herderes Zeug. Wir gönnen uns heute Bärenmed, Leute. Kann man das überhaupt sehen? Ich weiß nicht. Bärenmed. Das Ding ist, das ist ein bisschen hochprozentiger. Deswegen, jetzt zu sterben wäre nicht so cool. Und ich habe ein bisschen Angst. Aber auch bin ich sehr zuversichtlich, es wäre einfach nicht sterben. So, der zockt das Spiel jetzt einfach durch. Ja, genau. Also wir haben jetzt gesagt, wir wären auf jeden Fall egal, wie es dauert. Egal, wie lange es dauert. Egal, was es kostet. I do whatever it takes. Yes. Oder so. Ich habe nochmal kurz auf die Uhr geguckt, damit wir auch wissen, wie lange der Part ist. Aber eigentlich egal. Wir ziehen einfach durch, Leute. Jetzt hätte ich das schon mal gespielt. Krass, oder? Heftig, ne? Absolute Maschine. Das ist so lustig eigentlich, wenn man das sieht. Oder sieht man so, wir beide voll mutiert. Wir packen das jetzt, ne? So, oder einfach drei Stunden. Ja. Mindestens. Man munkelt vier. Man munkelt vier. Na, wir kriegen das hin. Wenn das irgendwie zu krass ist, werde ich euch das zusammenschnippeln. Vielleicht schaffen wir das auch jetzt instant. Das kann auch sein. Ja, ich schaffe das jetzt einfach. Ich spiele das Spiel durch. Ey, jetzt ohne Scheiß. Könnte durchaus passieren. Die Gaggels wird nicht so krass. Ach so. Das habe ich im letzten Part gemerkt. Als er mich mit seinem Schwanz einfach... Okay. Ich meine, er kann mit seinem Gerät umgehen, an der Stelle. Wie ist das? Ja, Leute. Eine neue Aufnahme. Wir beide, wir sind einfach noch richtig fit. Alles cool. Wir haben noch keinen Tropfen Alkohol jemals in unserem Leben zu uns genommen. Das merkt man, oder? Und? Wir sind doch... Könnte man meinen, wie... Ja. Das hängt gut an. Ich weiß auch nicht, was der Junge mir erzählen will, Leute. Du verstehst auch einfach nicht, okay? Wir haben keinen Tropfen getrunken. Und der Mann ist einfach... Der ist einfach so. Der ist einfach so. Ich brauche keinen Alkohol, um so zu sein. Scheiße. Hilfe. Panik. Ja, wir bett uns jetzt hier gegen diese Gollums durch. Ihr seht, ich bin wieder in einem Staubsauger-Verkäufer-Style. Ja. Denn, ähm... Ich will euch hier auch was verkaufen, an der Stelle. Nee, ich komme direkt von der Arbeit. Das ist halt so mitten in der Woche trinken. Bestes Leben. Absolut beschissene Idee. Macht das nicht nach, Kinder. Und ich schwöre, das ist kein Apfelsaft. Ich schwöre. Boah, aber der riecht so gut. Zum Bärenmäht hab ich einfach so eine Verbindung, Leute. Es ist unfassbar. Das Bärenmäht ist einfach der geilste Scheiß. Ohne Scheiß. Bären sind so coole Tiere. Ähm... Bärenfleisch, Alter. Aber das muss man besonders sagen. Ey, wenn du Bären so siehst, ne? Die ficken dich aus dem Leben, Mann. Ohne Scheiß rennst du weg, der Bär ist einfach schneller. Normal. Greifst du an, der Bär fickt dich einfach aus dem Leben, Mann. Mach eine Fackel an und dann... Oder plustere dich auf. Nee. Oder provoziert ihn das? Nee, 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 nee. Oder ist es vorbei? Guck, du gehst in die Hocke und sprichst sanft zum Bären, ja? Wie zu so einem Dog oder so. Ja, hey. Ach so. Mein Sonnenlicht, alles gut? Mein Schatz, komm, ist in Ordnung, ist gar kein Problem. Wir sind doch beide Söhne unserer Mutter Natur. Ja. Das nächste, woran er sich erinnert, ist, dass er im Krankenhaus aufgewacht ist. Bären haben gar keinen Bock auf den Gestank von Menschen und denkst so, boah, Bruder, stinkst halt richtig heftig und dann verpüchst du dich einfach. Ach so. Wenn du aber ein Bären-Junges anpackst oder zu nah kommst, dann bist du einfach ein toter Mann. Dann ist es einfach vorbei. Man sagt nicht umsonst, Bärenmütter sind einfach krasse Motherfucker. Ja, Leute. Damals, 1935. Ich war damals in der bezaubernden Stadt Lübeck, falls euch das irgendjemand was sagt, im Norddeutschland, im hohen Norden, ja? Wo jeder so spricht, wie so ein alter Fischer. Und, äh, war gelogen, ne? Und, äh, war die Sprecher einfach ganz normal. Manche haben die Gelegger, das sind dann die Eltern. Ja, die hatten sie mit dir, redet man eh nicht an der Stelle. Ja, und, äh, das sind immer meine besten Freunde. Ja, wir waren früher oft im Norden Urlaub machen, in Heilinghafen tatsächlich direkt an der Ostsee. Und meine Eltern waren jetzt vor kurzem in der berüchtigten Corona-Zeit im Urlaub, wieder da. Da war einfach so ein alter Seemann, so richtig wie du ihm vorstellst, so wie du sich Kapitän, auch mit Akzent und so weiter. Hatte er eine Mütze, so eine Kapitänsmütze? Ja, das weiß ich nicht, das haben wir leider nicht erzählt. Aber ich habe ja gesagt, so wie man sich das vorstellt, so ein richtiger alter Seemann mit Akzent und allem. Und die haben mir dann einfach erzählt, da ist dann einer mit so einer Maske angekommen. So, dieser Seemann, der hat halt so ein Restaurant gehabt. Ist dann mit so einem Mundschutz angekommen und dann hat er zu dem Typen einfach gesagt, ey, wenn du mich nicht überfallen willst, dann nimm die scheiß Maske ab. Brauchst du bei mir nicht schieben. Eigentlich dumm. Eigentlich richtig dumm. Aber das ist so die typische, dieses Norddeutsche Kischee mit Akzent und immer so ein bisschen rau. Ja, die rauhen Jungs, ja, die Norddeutschen. Ja, die Jungs an der Kiste, halt, das ist ja. Ja, die Jungs aus der feuchten Küste, Alter. Ja. Ja, Leute, Bärenmeh habe ich damals zu meiner Zeit sehr gerne getrunken, als ich noch viel gelernt habe in der Schule. Hat sehr geholfen, glaub mir. Und wir haben als damals, ich weiß, ich habe das, glaube ich, schon in mehreren Parten erzählt. Und was sagst du, geil, ne? Geiler Shit. Aber der erste Schluck ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber jetzt, glaube ich, bei gefühlt allem so. Außer Glühmbärchen. Der ballert immer. Da war immer geil direkt, ne? Aber der Glühmbärchen-Sach vom letzten Mal, der war halt auch nicht so krass. Ja. All weil wir halt, ne, so, du hast ja schon gesagt, Tücke, dieses Getränkes, ist es ja, dass man halt nicht merkt, wie viel da drin ist und dann trinkt man einfach viel davon und so, wie wir das gemacht haben. Ja, genau. Ja, wir haben jetzt immer bei jedem Tod getrunken. Genau. Das ist am typischsten, wie er schon sagt, wenn du ihn einfach so im Sommer trinkst, dass du einfach sowieso schon verdurstst, dann denkst du dir so, oh, ist ja sowieso, den Alkohol schmeckt ja gar nicht aus. Kannst du dann einfach so schön auf Durst trinken und dann, oh, kacke, jetzt geht die jetzt so ab. Ja. So, das ist so, die Tücke zum Getränk. Habe ich das, glaube ich, mal ein paar erwähnt? Ich glaube nicht. So ein Arbeitskollege von mir hatte mal so das Problem. Er war im Urlaub gewesen. In der Türkei, bei Verwandten und so weiter und ist dann in eine Bar gegangen, ich glaube, mit seinem Cousin oder so. Und er hat dann auch diesen Gummibärchen Saft, also Bacardi Ras und Sprite getrunken. Und die mitte die ganze Zeit richtig, richtig gut. Er hat dann in der Bar gesessen, getrunken, getrunken, getrunken. Und auf einmal hat sein Cousin gerufen, so, ja, komm, wir gehen jetzt, wir lassen nach Hause gehen, gar keinen Bock mehr. Er saß auf so einem Drehhocker und hat sich dann so umgedreht zu seinem Cousin und wollte abhauen. Und auf einmal merkt er das so und so, oh, scheiße, was ist denn jetzt los? Dann hat er erst bemerkt, dass er einfach schon richtig voll war. Ja. Und ist dann halt einfach, er ist dann halt Sinten in so einem Hotel untergekommen und er ist dann halt einfach in die Dusche gefallen, so, er wollte duschen gehen, konnte kaum richtig laufen, ist erst mal einfach in die Duschwand reingefallen, hat dann gefühlt die halt Dusche abgerissen dabei. Kann man mal machen. Ja, also wie gesagt, trinkt es sehr tückisch, weil du nicht bemerkst, okay, du merkst es, wenn es zu spät ist. Wir trinken halt nur ein Schlückchen beim Sterben und das ist dann ein bisschen witzlos, das ist natürlich entschärft an der Stelle, wir wollten ja auch ein bisschen ruhiger anfangen. Genau, wir müssen uns ja erst mal gewöhnen, jetzt kommt das harte Zeug, der Bierenmeet. Boah, nächstes Mal Wodka pur, Alter. 15% der Bierenmeet. Also, wenn das Projekt vorbei ist, sind wir schon bei Stroh rum, 80%igen oder so. Ja, genau, Alter. Ja, und dann ist einfach vorbei. Erzähl mir doch mal von deinem Ereignis, wo du das letzte Mal unfassbar besoffen warst und unfassbar dumme Dinge getan hast. Unfassbar dumme Dinge, ich konnte mich eigentlich immer so ein bisschen, ja doch, ich konnte mich eigentlich immer relativ beherrschen, wenn ich getrunken habe, einfach weil ich oft mein Limit kenne und dann, wenn ich merke, okay, reicht jetzt langsam, dann nehme ich auf, das letzte Mal, wo ich halt wirklich besoffen war und wo es mir danach aber nicht gut ging, auf der Weihnachtsfeier. Ei, das war nicht toll. Die Weihnachtsfeier, man kennt sie. Ja, es war halt so, wir sind mit so einem alten Kollegen zu der Weihnachtsfeier gefahren. Ich habe seinen Schwanz abgeschnitten, Bruder. Ah, korrekt. Dein Kocke nehmen wir uns. Entschuldigung, ja, Weihnachtsfeier. Und das war so, der Kollege hat ein bisschen weiter weg gewohnt, wir haben ihn dann abgeholt und dann fing es schon da an, der Kollege so, ach komm, lass uns doch mal ein Sixer Bier an der Tanko holen und ein bisschen was trinken. So, dann haben wir da getrunken. Außer mir. Fuck! Wir waren zu viert im Auto und der andere Kollege trinkt keinen Alkohol. Post. Noch ein anderer Kollege hat gesagt, ach nee, ich will heute ein bisschen ruhiger angehen lassen. Boah. Ich fange auch noch nicht an. Also haben ich und der ältere Arbeitskollege den Sixer leer gemacht, weil ich mir dachte, er soll, er kann den ja nicht alleine trinken, das wäre doch unverantwortlich von dir, oder? Das geht ja gar nicht, ja. Dann hat es da schon angefangen, dann haben wir ein Sixer geholt, noch ein zweites, irgendwann an der Tanke und dann sind wir da angekommen. Ich dann schon mit sechs Bier Intus, dann da noch so ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Bier und dann kamen andere Arbeitskollege an, so ey, ich habe eine Idee, ich bin gleich wieder da. Ja, ist dann so richtig mysteriös abgehauen und kam dann irgendwann später wieder mit einer Flasche Jack Daniels Whisky. Und, ähm. Kann man machen. Ja. Hat auch einige Umdrehungen und dann haben er und ich die Flasche Jacky halt alleine gelernt gemacht. Später kam dann so noch ein Bauleiter zu, hat die leere Flasche gesehen. Ey, Jungs, ihr habt Jack Daniels da und habt mir nichts abgegeben, so, oh ja, wärst du da rumgekommen, so, jetzt ist leer, sorry. Hat der Bauleiter so ein Fuffi rausgeholt? Geht zu meinem Arbeitskollege, ey, besorgt mal noch eine Flasche. Naja, ich trinke damit. So, und ich war dann auch schon, wie gesagt, nach so einigen Bierchen und einer Flasche, äh, 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 war ich sowieso schon so ein bisschen. Komplett wasted, sagen wir es nicht. Nein, ich war, äh, mir ging es doch, äh, mir ging es gefühlt halt noch richtig gut. Aber, nach der zweiten Flasche und noch ein paar Bier dazwischen, war ich dann einfach total, war, war einfach vorbei, könnte man sagen. Ja, gut, fühle ich. Ich war einfach wie so ein Zombie, mir ging es voll schlecht. Ja, ich habe mich auch übergeben, ich habe es halt echt übertrieben an dem Tag. Du warst already dead. Ja, und am nächsten Tag habe ich halt einfach, äh, habe ich halt einfach einen Brief von der Firma bekommen, alles klar, meine Gehaltserhöhung ist da, ich denke mir so, korrekt, das trinken hat sich doch gelohnt. Sehr schön. Gedacht. Ja. Das war toll. Man muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen, äh, gerade auf Weihnachtsfeier und, äh, ich hatte auch so ein, äh, so eine Feier und da waren halt ganz viele verschiedene Firmen mit dabei, was das Ganze noch viel schlimmer gemacht hat und ich habe mich einfach komplett abgeschossen, ich habe alles gesoffen, Bier, Wein, Cockpit, alles. Hey, die Cockrogrammich, oh nein, alles. Panik. Nein, stirbt doch nicht bei den Gollums. Ich kam nicht mehr aus dieser Ecke raus. Leute, wir werden einfach sterben heute. Ich kam nicht mehr aus dieser Ecke raus, das sah so gut aus. Fuck. Prost. Prost. Ja, und boah, ich erinnere mich einfach kaum noch, aber ich erinnere mich noch an das Gespräch mit meinem Chef am nächsten Tag. Oh shit. Das war alles nicht optimal an der Stelle, ich habe es einfach komplett übertrieben. Aber sowas ist natürlich immer eine coole Lernkurve, ne? Ja. Weil seitdem habe ich mich nie wieder so krass abgeschossen, weil ich dann eine feste, eine feste Grenze hatte, ne? Ich dachte mir so, okay. Okay, lass mal sein. Wenn ich, wenn ich das so und so fühle, dann sollte ich vielleicht nicht alles in meinen Schlund reinballern, worauf ich Bock habe. Und das ist halt eine Lektion, die muss eigentlich jeder mal, jeder mal machen, finde ich. Ja. Also, ich muss sagen, ich erinnere mich auch noch sehr gut an den Abend und so weiter. Das war jetzt nicht so, dass ich so einen Filmriss hatte oder einen Tagabschluss geschoben habe. Ich hatte auch keinen Kader am nächsten Tag, aber... Ich habe immer einen Filmriss danach, ohne Scheiß. Das ist aber wie in Men in Black, als hätte ich geblitzt, geblitztings wurde. Ja, wie gesagt, ich erinnere mich noch ziemlich genau an den Abend und alles, aber ich denke mir halt so, okay, mir ging es halt echt nicht gut. Ich hatte am nächsten Tag, wie gesagt, keinen Kader, aber an dem Abend war ich, könnte man meinen, so ein bisschen halbtot. Passiert. Ja, so meine Chefs und die anderen Arbeitskollegen haben es halt recht mit Tumor aufgenommen, weil es dann nicht, dass ich da irgendwie Scheiße gebaut habe, so die haben halt dann so... Meine Kollegen haben es auch mit Tumor genommen, weil ich halt nicht. Meine Chefs hat auch, der kam so irgendwann später, wo ich dann mit dem auf der Baustelle war einfach an, ja, so, hey, wie sieht es aus, trinken wir uns denn? Nun, check den jetzt, nach Feierabend, ja? So, mein Chef, weißt du? Ja, schon korrekt. Eigentlich jetzt voll unangenehm, aber gut, so, immerhin kann ich mir jetzt, ich kann mir jetzt vielleicht ein paar Sprüche anhören, aber... Ja, mehr passiert dauernd nichts, meine Fresser. Vor allem so eine Weihnachtsfeier, die ist halt auch dafür da. Ja, also am Ende des Abends waren... Ganz ehrlich, wer nur da rumpimmelt und Wasser trinkt, ist einfach absolut langweilig. Aber wie gesagt, am Ende des Abends waren halt sowieso alle richtig wasted, nur von mir haben die das jetzt nicht so gedacht, dass ich mich so, dass ich so viel trinken würde. Kommst halt so rüber wie so ein braver Boy, ne? Ja. Wie ein braver, guter Junge. Ja, das ist dann immer so ein bisschen witzig, wenn die dann so... Ich vertrage recht viel, würde ich jetzt mal behaupten. Und wenn wir dann so nach, wenn wir dann zum Beispiel nach einem harten Arbeitstag oder das Trinken, sind die immer wieder überrascht, wenn ich dann einfach so ein Bier auf Ace und dann so... Das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht, so... Nein, nee! Alter, lass mich doch... Das ist immer ganz witzig, so, weil sie denken so... Ist ja ein Good Boy, der wird da jetzt... Nein! Erzähl mir mehr von ein Good Boy Adventures. Ja, und dann... Genau, nein, aber wie gesagt, das ist dann halt immer recht unterhaltsam, dass man dann ins in so eine Schublade geschickt wird. Das jetzt und so direkt, dass man eventuell vielleicht ein bisschen höflicher oder zurückhaltender bleibt, dass sie dann direkt denken so, ja, okay, so ist das so einer oder... Dein Schwanz gehört mir und... Entschuldigung. Was er sich nicht so, dass es... Das ist auch, wie gesagt, das ist dann so, wie die Schublade denken. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Damit zu spielen war war auch Spaß, ne? Ja, also... Mit diesen Vorteilen, ja, mit diesem Schublade denken. Das ist schon cool. Ja, wie gesagt, man kennt das ja selbst, dass man andere Flecht selber in eine Schublade steckt ja, spuckende Gargoyle... Lass den mal wegkriegen. Oh, was... Fuck. Das war jetzt aber ein kleiner Schluck, da würde ich... Das haben wir mit Bären mitgespielt, das haben wir mit Wodka pur gespielt, es war immer absoluter Absturz. Weil das lustige ist, dass du, ähm, weiter das Spiel nicht ging, desto beschissener warst du. Dann spielst du halt zwei Runden und bist aber komplett wasted. Einfach immer sehr unterhaltsam. Glaube ich, aber wir haben noch nie Schach gespielt. Nicht mal normales Schach. Wir beide? Naja. Doch, klar. Achso, ja, in der Schule, klar, aber... In der Schule. Aber da haben wir nicht bei getrunken, Saufschach haben wir nicht. Wir können natürlich auch ein bisschen Saufschach spielen, mein Lieber. Ja, man. Schau mal, weich denn her. Das ist cool, weil eigentlich habe ich niemanden mehr, seitdem ich aus Liebe Graus bin. Der würde mir Saufschach spielen, würde er, ja, ich weiß, aber traurig. Ja. Ich war ein Klaas. Fordert den Jungen einfach mal zum Schach raus. So online Schach und dann, äh... Ja, wenn ihr verlieren wollt. Ihr müsst euch aber auch dran halten. Dann müsst ihr auch trinken, ja. Ich brauche Facecam dann, ne? Ja. Nee, ich weiß nicht. Es könnte vielleicht ein interessantes Video sein, tatsächlich, aber... Ja, ähm... Vielleicht auch nicht, wenn wir einfach komplett abgestürzt sind. Ja, eher weniger. Hilfe. Ach, Bruder, komm wenigstens so zu den Karkoids. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Hä? Wir haben auch gleich lang nicht mehr gespielt. Ja, ich bin. Ich war aber noch nie besonders gut in diesem Spiel. Ich auch nicht. Hast du das Display gesehen? Ich habe es in diesem Let's Play das erste Mal gespielt. Ja, ist ja gut. Ha, gewonnen. Also, es gibt auf jeden Fall Leute, so, auch von CK damals, die würden mich in Schach komplett zerstören. Ei. Da gibt es diesen einen Boy, der hat selbst einfach im Verein gespielt, im Schach vor allem. Das ist einfach eine ganz andere Liga, ne? Ja, natürlich, Alter. Ich war zwar bei meinen Saufkumpels ganz gut, aber das war es halt auch. Nicht wieder in deiner Ecke dringen. Und auch da habe ich halt nicht jedes Spiel gewonnen, weil... Ja, klar. Da hat man ja auch ganz andere Taktiken und Herangehensweisen. Ja, ja, ja. Spielt man das viel systematischer im Verein. Und irgendwann bist du so wasted, da gibt es einfach keine Taktik mehr, die du fahren kannst. Ja, du machst dir so ein paar Gedanken, aber letztendlich. Einfach komplett down. So leicht ist ein Gegner ever und die können einfach einen so viel Schaden machen, ne? Das ist super ekelhaft. Schwerstes Spiel der Welt, Leute. Schwerstes Spiel der Welt. Hilfe, da waren ja nicht mehr. Ich wundere mich. Alter, ja, da waren doch wohl viele, Mann. Ich denke, das ist der letzte, deswegen habe ich mich hier umgedreht. Ich denke, okay, ich werde jetzt einfach hochsneaken und dann ist... Hat nicht gut geklappt. Ja. Der Plan war gut, die Umsetzung war... Ich meine, die sehen aus wie Leichen. Ob die jetzt liegen oder laufen, kann man auch mal ein bisschen differenzieren. Ja. Ja, Leute. Ihr merkt schon, wir kommen einfach super gut zurecht. Ab irgendeinem Punkt werde ich halt schneiden. Aber den Punkt haben wir noch nicht erreicht. Wir schaffen diese beschissenen Gargoyles in diesem Video. Ja? Glaubt da dran. Fühlt es. Okay? Es ist einfach wie Naruto, ja? Believe it, Junge. Believe it, believe it. Naruto ist auch so ein Ding. Als Kind fand ich das richtig gut. Aber irgendwann einfach richtig scheiße. Es hat halt extrem viele Fillerfolgen. Als Kind auch einfach so und dann... Irgendwann war es dann halt einfach so, okay, Bruder, irgendwie... Ich glaube, es ist so diese Magie als Kind hinterfragst und manche Sachen... Ja, stimmt wohl. Und Fillerfolgen können ja auch ganz gut sein, ne? So ist es... Ja, aber... Es ist ja nicht in jeder Folge was krass passieren. Ja. Doch, weil, ja, ja, schon, wer schon... Avatar hat es geschafft, dass jede Folge krass war. Ja. Hat aber auch Fillerfolgen. Ja, aber selbst die waren krass. Ja, die waren auch interessant. Das ist so das Ding, ne? Du kannst eine Fillerfolge haben und trotzdem mal interessante Skript dafür schreiben. Ja, außerdem, wenn zu viele Fillerfolgen kommen, dann denkst du dir irgendwann auch so... Alter, das ist so in Ernst. Ich will mal wissen, wie es mit der Story weitergeht. Ja, stimmt schon. Und nicht zum 8 Mal sehen, wie Naruto Sasuke küsst. Also, ich könnte mir das noch 30 Mal ansehen. Die sind einfach sehr süß zusammen. Ja, oder? Best Anime Pairing. I ship it. Naruto und Sasuke. Ich glaube, es ist sogar literal wie so, dass die sich zweimal geküsst haben. Kawaii! Aber einmal, glaube ich, in einem Filler und einmal irgendwann am Anfang. Oh, okay. Ich habe halt nur dieses originale Naruto mal gesehen, Shippuden halt nicht. Es gibt ja jetzt auch Boruto, das ist dann Naruto's Sohn oder so. Ja, davon hat mir eine Kollegin mal erzählt. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Aber sie hat mir halt auch gesagt, es ist wirklich beschissen. Sie guckt es nur wegen, weil da viele alte Charaktere vorkommen. Ja, gut. So, die sie halt damals gefeiert hat. Und ich mir so, okay, aber du sagst selber, es ist beschissen und du guckst eigentlich nur wegen... Ei. Ja. Weißt du was? Wir spielen heute ein bisschen unfair. Denn wir wollen hier gewinnen, Leute. Ein Sieg ohne Ehre ist kein Sieg. Ehre ist nur ein Wort, was uns zurückhält. Pokéball, go! Okay, das soll ich vielleicht erst machen. Wenn? Wenn der andere draußen ist. Weil es dann sinnvoll ist, dass man die schnell finisht. Ja, gut. Stimmt. Erstmal ein bisschen Apfelsaft. Aua. Aua. Ja, er hat einen Apfelallergie, den Sieg so, Bruder. Geh mal weg mit dem Scheiß. Stay away. Kann man mal machen. Die Peife. Ja. Was war das bei dir? Du hattest ja sowas, ne? Keine Apfelallergie, aber ein Wasser allergisch gegen die Stoffe. Ja, ja, diese Pestizide und so weiter, mit denen die Scheiße gespritzt ist. So, so, nicht wohl. Vorwahl. Ja. Alter. Wer einfach. Richtig gebackstabt. Ohne Scheiß, Mann. Scheiße. Hilfe. Hilfe. So ein Noobwatter. Fuck. Wir sollten diese Bomben wirklich erst in der letzten Phase nutzen. Okay. Hören wir überhaupt erst zu kommen. Ich habe das Gefühl, wir brauchen eine neue Strategie, Bruder. So geht das einfach nicht weiter. Okay, ich habe jetzt eine super, duper Strategie entwickelt. Guckt mir einfach zu, ich mache das jetzt in diesem Trial. Vielleicht nehmen wir die Strategie, wenn er zum Boss kommt. Das hat jetzt seine Gefühle verletzt. Tut mir leid. Das ist ja gemein. Ich gehe nach Hause, ja. Ich gehe weinen. Oh, Mann. Das ist so beeindruckend, wie Leute dieses ganze Spiel einfach in zwei Stunden durchspielen können. Wir sitzen jetzt zwei Stunden schon an den Gagel. Ja, Mann, ohne Scheiß. Richtig sad so. Eieiei, ist mir aber warm, Alter. Okay, wir spielen jetzt definitiv. Ja, also komm, lass ihn kommen. Lass ihn angreifen. Und ein Konter. Lass ihn halt kommen. Ja, so auch seinen Spaß haben. Du kommst, witzig. Ich nehme mich jetzt Unterstützung für den Gagelsmitte. Da ist einfach Friedhelm. Komm, Friedhelm. Friedhelm. Friedhelm, beim Fuß jetzt. No, ich hätte ihn so gerne mitgeschleppt. Friedhelm. Ja, Friedhelm. Ich spiele Fußball mit ihm, ja. Oh, nee. Flanke nach innen. Kopfball. Abgewehrt. Richtig, Leichenschändung ist da. Aus dem Hintergrund wirst du Sir Friedrich schießen. Friedrich schießt und... Warte. 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 Und... Tor! Nice. Fuck. Du wirst es nicht erkannt haben. Aber das waren die berühmten Worte des Kommentators bei der Fußball-WM 1954. So, als Deutschland das allererste Mal Fußball-WM-Meister geworden ist. Da bin ich raus, Bruder, aus der Lore. Aber, ja. Die Lore ist, Deutschland war halt nach dem Krieg sowieso voll abgefuckt und so weiter. Hat halt noch nie eine WM gewonnen. Und in der Gruppenphase haben sie halt gegen den Favoriten gespielt, gegen Ungarn. Und das Spiel haben sie einfach lächerlich hoch verloren. Und ich glaube, es war irgendwie 6 zu 2 oder 7 zu 1. Irgendwie so, sie haben halt lächerlich hoch verloren. Und irgendwie haben die es halt geschafft, immer weiterzukommen und so weiter. Und haben sich dann halt bis ins Finale gespielt, auch wenn sie nicht gut gespielt haben. Aber sie haben halt halt geschafft. Und im Finale haben sie wieder gegen Ungarn gespielt, den Favoriten, gegen den sie vorher schon so hart verloren haben. Und das Spiel haben sie dann halt einfach 3 zu 2 gewonnen. Aha, voll gut. Das war halt so für Deutschland auch ein sehr wichtiger Sieg nach dem Krieg gerade und alles. Deswegen, es haben die halt gefeiert, als wäre, was weiß ich nicht, die Weltmeisterschaft behauptet. Ja, ja, klar. Glaub ich. Ohne Scheiß, die Welt so nach dem Krieg, kann ich mir kaum vorstellen, wie das war. Das ist echt heftig. Deutschland in Trümmern, Polen auch, alles komplett am Arsch. Die ganzen Katzels, die ganzen Leichen, die wahrscheinlich immer noch irgendwo rumliegen. Massengräber. Massengräber, ja. Massengräber. Echt heftig einfach. Eie, das ist heftig, ja. So, war ja nicht nur das, also ich hatte zum Beispiel mein Urgroßvater, war zum Beispiel damit zum Stabengard und so und so was, so was das mit den Leuten alles gemacht haben muss. Also, zum Beispiel, wie gesagt, mein Urgroßvater, das war so gewesen, mein Vater hat halt so zwei Großwälter gehabt, beide waren im Stabengard gefangen gewesen und der eine, der war dann halt so, er hat nie darüber geredet und war recht schweigsam drüber, weil er wollte die Scheiße dann einfach vergessen. Ja, klar. Und sein anderer Opa, der war dann halt immer so, er hat ihn da, was du erzählt und weiter. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Genau, genau, kann man sich richtig so vorstellen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, da, also, ob das besser ist für die Person, darüber zu sprechen oder nicht. Ja, ich glaube, es gab es immer individuell, ja, genau, genau, genau. Dann lass mal sehen, deine heftige Strategie, Bruder. Du siehst die gerade, hast du sie nicht erkannt. Du versuchst, zu überleben und deinen Schwert in den Rücken zu rammen? Ja! Ich meine, das tun wir einfach den ganzen Tag schon. Aber es funktioniert! Das ist der Unterschied. Alter, ne, der Move mit seinem Schwanz. Finde ich voll geil. Boah, ja, ich weiß nicht. Es ist einfach unglaublich, wie ekelhaft und krank Menschen sein können. Ja. So, was damals einfach passiert ist. Ich meine, überlegt euch mal. Die haben die einfach zusammengesperrt wie Tiere und einfach ermordet. Einfach so, Menschen. Die haben geweint. Die haben geheult. Und die Leute hatten einfach keine Empathie. Die hatten einfach keinen Herz. Das ist echt einfach unvorstellbar. Und das Problem an der Sache ist, sowas kann heute immer noch passieren. Sowas passiert halt auf der Welt. Ja, ja, ja. Das ist es halt. So, wie kann man Menschen halt nur als wahre oder ungeziefer oder sowas sehen? Das ist halt einfach krank. Da muss man psychisch halt auch schon komplett kaputt sein. Ja, ganz ehrlich. So, selbst der normalste Normal-Otto hat ja wenigstens ein bisschen Empathie. Und hinterfragt dann vielleicht auch irgendwann seine Taten. Du musst halt schon echt einen Knicks in der Birne haben, um dann trotzdem so etwas zu tun, würde ich sagen. Das wollte ich nicht, oder? Ah, ja, oder warum? Ich dachte jetzt, ich werde voll hart dafür gepanischt. Deswegen war ich jetzt so ein bisschen, ne? Fuck. Nee, Beatrice hat hier dir gegönnt. Beatrice, ihren Gargüllen. Beatrice mit ihren riesigen Axtschwanz. Ja. Das sind ja meine Lieblingsgarien. Das sind meine Lieblings-Beatrice. Hilfe. Bitte bleib weg, Beatrice. Ja, Leute. Und Honigmäht? Ich habe einfach Angst an die Hersteller. Wir haben noch kaum was getrunken. Alter, du hast hier schon voll viel gesoffen, Mann. Ja, weil ich vernünftig trinke und nicht... Jo, trinkst ganz entspannt. Das ist entspannt. Alter. Da werden wir den Unterschied zu stellen. Ja, man ist scheiße, ey. Einfach nur zu der Bruder. Oh, da kommt direkt der nächste Bruder. Wirft die Bomben, wenn du kannst. Ja, hat sich jetzt vor. Einfach zur Seite kann... Ne, nach unten. Nach unten. Nach unten. Ja, ja. Drück nach unten. Nochmal. Nochmal. Jetzt. Ah, mit vier Küler. You can do it. Ja, daneben, Bruder. Fuck. Ich bin zwar ein Gespanz. Ja, aber Gargolz an sich sind echt coole Viecher. Muss ich schon sagen. Die haben was. Finde ich jedenfalls. Ah, haben wir, glaube ich, schon im letzten Part drüber gesprochen. Oh, mein Gott. Als ob ich noch... Schluck! Panik. Fuck, Alter. Lass mich mal ganz schnell weg, Beatrice und... Und Uwe. Beatrice und Uwe, ja. Der Bruder muss ganz dringend los jetzt. Okay, alles gut. Alles gut, bleib ruhig. Panik. Panik ist nicht ruhig. Oh, Gott. Scheiße. Keine Essens für kurz. Egal, du brauchst keine mehr. Äh, nein, warte, ich will gehen. Oh, fuck, ey. Ho. Kannst du mal mit dem Licht wegspringen. Meine Strategie hat so lange gut funktioniert, bis der Zweite aufgetrocknet ist. Der Zweite ist halt der größte Hurensohn, ne? Wenn der Zweite kommt, ist einfach vorbei. Ei. Das sah doch schon mal ein bisschen aus. Er hat sich gut geschlagen, Bruder. Schade, dass wir jetzt keine Bomben mehr haben, aber egal. Kriegen wir ihn. Ja. Ein bisschen Angst am Hersteller. Egal, los geht's. Nein. Wir müssen einfach, wir müssen einfach, ähm, direkt bei dem Ersten sehr risikant spielen, wenn der Zweite auftaucht, um ihn schnell zu finishen. Ja. Je länger der Kampf dauert, desto beschissener ist es für uns. Ja, genau. Haben wir schon mal heute, ne? Ja, hatten wir schon mal. Das ist ein Ausdauerkampf. Das ist genauso wie die, wie die ganze Challenge. Je länger es dauert, desto schlimmer ist das für uns alle, naja. Weißt du, beschissener spielen wir. Ja. Ja, ja. Seht euch übrigens mal den Unterschied an, so. Das ist, was ich noch übrig hab. Ja, was ist denn los mit dem Jungen? Der schluckt die Scheiße wie Wasser. Das, was er noch übrig hat. Ich trinke halt ganz gemäßig. Gemäßig, das ist nicht der Sinn. Das ist nicht der Sinn dieser Challenge. Der ist ja gut. Trinke halt ein bisschen mehr. Ich glaub, ich hab so viel getrunken. Ja, Geist. Ja, aber einfach Casper, der freundliche Geist. Kennst du nicht? Ja, Mann. Casper. Ach, das war auch super. Casper damals. Scheiße, das kommt mir grad voll bekannt. Haben wir schon mal über Casper gesprochen? Ich glaub, das sag mich schon mal, ja. Man kennt es. Die guten Gespräche über Casper. Ja, Casper war super. Mit seinen drei Onkeln oder was. Ey, Casper war der geile Boy, ohne Scheiß. Ja. Das war der geilste. Das war nicht deine Onkel oder Cousins, das weiß ich nicht mehr. Nein, ich glaub, es war die Onkel. Ja, ich glaub auch. Die zu einem bösen Geist machen wollten, aber halt versagt haben. Gab sie diesen Weihnachtsfilm mit der kleinen Hexe und so weiter. Das war super. Hab ich gefeiert als Kind. Großer Fan. Ich glaub ich auch, aber ich erneut dich nicht so gut. So wahrscheinlich nicht das heute, die würde ich mir denken. Nein, ich erneut dich nicht so gut, ich erneut dich nicht so gut. Danke. Ja, hey, ist doch besser als gar nichts, Mann. Ich fand, das ist okay. Das war jetzt nicht wasted. Es war okay, okay. Keine Schwester und Scheiße. Hatten wir auch drüber. Nicht Scheiße. Ich hoffe, du bist bereit für ein bisschen Magie, mein Sohn. Ein bisschen Magie. It's a kind of magic. It's a kind of magic. 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 Nein, warte. Wir haben gesagt, dass wir nicht mehr singen werden. Haben wir, aber ich singe so gern. Nein, warte. Gab es nicht diese eine Show auf Super-Helb, wo der eine Typ einfach Zaubertricks gemacht hat? Ja, stimmt. Ja, das hat auch das als T-Melodie. Sieh das einfach rein, alle wissenschaftliche Erkenntnis. Alter. Sitzende, warte. Ja, warte. Ja, warte. Ah, wie cool. Guck mal, wie viel Schadet auch mal machen. Oh, Alter. Normaler Schlag, ne? Ein normaler Schlag, das ist jetzt so, wie Schadetiger. Alter. Mit den Brandbomben kannst du ihn danach wahrscheinlich richtig finish. Sofern ich überlebe. Du wirst überleben. Ich will sowas nie wieder hören. Genau. Mal bitte aufzustellen. Ah! 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 Defensiver. Bleib ein bisschen auf der Distanz. Lecker, schmecker. Okay, jetzt ist der zweite Diet vorbei mit Distanz. Lecker, schmecker. Jetzt hast du kein Space mehr, ja? Jetzt, äh... NEIN! Äh... Er hat mich einfach in den Tod geworfen. Motherfucker! Noob. Scheiße. Alter, wo sind denn die Kindersicherungen jetzt? So, ich trinke jetzt einen größeren Schluck für dich. Danke. Äh... Gold hat zwar dieses Item? Ja. Haha, gib mir einen Versuch. Ja. Du hast noch einen Versuch und ich hab noch einen Versuch. Wir haben noch zwei Stück. Das Ding ist, ich wollte halt, äh, offensiver spielen, weil das nur eine bestimmte Zeit lang anhält. Ach so, ja, gut. So. Wenn das halt komplett wasted ist... Oh, warte, ich hab ne Idee. Haha, ich weiß jetzt wie ich spielen will. Okay. Er weiß jetzt wie er spielen will, Leute. Er weiß jetzt einfach Bescheid. Ja. Ich hab jetzt einfach, äh, den Code dieses Spiels gekackt. Alles gut. Ich mein, theoretisch können wir auch das andere Schwert mal nehmen. Nein. Ich will den Damage haben. Ja, aber das ist so schnell. Entwendig. Ist das nicht er so dein Ding? Ja, aber gegen Gargut ist, glaub ich, äh, eher jetzt... Okay, wir hauen Damage raus. Ja, würd ich auch sagen. So, wir treffen die halt super selten, auch mit dem flinken Schwert. Ja. Ist okay, nimm den Loot nicht mit. Haha. Ich dachte, ich verliere den da sowieso. Also... Nein. Den nicht. Ich. Oh. Okay. Ja, ähm, I don't know. Wir können ja mal, wir können ja mal gucken, wie das dann aussehen muss. Hast du gesagt, wir haben nach zwei? Ja, zwei. Achso. Achso, hast gut. Du hast noch einen Versuch und ich hab noch einen Versuch. Wir hatten drei. Keine Ahnung, wozu fick wir die her hatten, aber wir hatten drei. Wir haben die irgendwo geklaut. Mhm. Also irgendwie... Hoffentlich finde die auch nützlich sein. Also wenn wir jetzt zu den Garguts kommen, dann... Schau, wie steht in dem Versuch für dich so. Ja, würd ich auch sagen. Ja. Also ich sehe eigentlich keine Serie mehr, wo du es nicht schaffst. An der Stelle. Ja, Leute. Wir waren für euch nochmal auf Reddit unterwegs. Ich hab mir da ein bisschen was notiert. Ein bisschen was aufgeschrieben, worüber wir äh... Gesprächen könnten. Und jetzt dich äh... Abzulenken ist natürlich unfassbar ungeil, wenn du gleich gegen den Boss kämpfst. Aber erzähl mir doch mal, was... Sorry. Ey. Fuck. Was wäre eine Superkraft, die du gerne hättest? Und wieso? Und was würdest du damit schaffen? Eine Superkraft? Eine einzige. Eine einzige Kraft. Eine einzige Kraft. Eine Kraft, die ich super gerne hätte. Einfach weil... Für mich einfach... Not bad. Hilfe. Junge. Ich sollte mich nicht um... Ja, ich rede erstmal über meine Superkraft an der Stelle. Ähm... Scheiß, ich hab mir gar keine Gedanken gemacht. Ich hab tatsächlich einen... Ich mach die eben fertig. Und dann... Die Kraft... Gargoyles zu töten. Gargoyles zu töten. Gargoyles zu töten. Oh Gott, du stirbst schon wieder fast. Ach so, das ist alles Teil meiner Taktik. Mhm. Ich glaub, ich würde gerne unsichtbar werden. Unsichtbar? Ich weiß genau, wofür du diese Fähigkeit haben. Das wäre halt einfach richtig nützlich. Ich meine, du könntest auch einfach super viel Zeug klauen. Super easy. So. Er würde seinen Kraftentisch immer gebrauchen, um irgendwie Scheiße zu bauen. Ja, ja. Ähm... Leute bespannen. Leute ausrauben. Das wäre so der Jam. Ich wäre einfach ein Superschurker an der Stelle. Ja, ja, ja. Ich wäre der unsichtbare Joe. Wow. Ich wäre die nicht zu sehende Gefahr. Oh mein Gott. Ich wäre einfach Danger Air. Danger Air. Danger Air. Du wärst einfach Vanisher. Oh! Der Vanisher. Deadpool 2, absolut guter Film übrigens. Ja Leute, stellt euch mal vor, ihr könnt einfach unsichtbar werden. Ihr könnt einfach alles mögliche mitnehmen oder einfach machen. Das Ding ist, wenn die Kleidung nicht unsichtbar wird, ist natürlich super scheiße, ne? Wieso hast du das Gold nicht benutzt? Mach ich noch gleich. Ich wollte das gleich nutzen, kurz bevor der zweite auftaucht. Du hast gleich keine Zeit, Bruder. Der fickt dich aus dem Leben. Deswegen, kurz bevor der andere auftaucht. Da musst du aber drauf achten. Der taucht nämlich auf, bevor die Lebensbalken zu sehen ist. Und zwar hier in diesem Bereich. Du musst halt ein bisschen gucken. Okay. Das ist verfickte Gargolfi. Verdammte Scheiße Beatrice. Könntest du uns nicht mal ein bisschen chill gönnen? Gönn mal ein bisschen. Gönn mal Beatrice! Hey! So. Die Fähigkeit, die ich übrigens gerne hätte, und die würde mir in diesem Lettepace super helfen. Einfach für einen kurzen Moment die Zeit anhalten. Boah, das wäre auch krass. Stell dir einfach mal vor, jetzt nicht mal so, es gibt oft so Momente, man kennt es, wo du dann einfach denkst, wenn ich jetzt ein bisschen Zeit, also so ein ganz kleines bisschen Zeit. So, das würde mir einfach schon so hart helfen. Dann denk ich mir so, wenn du dann wirklich mal so einen Moment hättest für dich, wo du dann mal überlegen kannst. So. Das wäre, das würde Teitel einfach so viel verbessern, so an, ich meine, man erkennt, dass man einfach so... Würde in deiner Vorstellung dann die Zeit für deinen Körper, aber nicht deinen Geist auch anhalten, oder wie? Ja, das wäre schon last. Okay. Das ist cool. Also, dass man, wie gesagt, dann einfach so einen kleinen Moment hat, wo man sich dann denken kann, okay, was tue ich jetzt? Ich brauche gerade einen Moment, um erstmal klar zu kommen, um, ja. Hält dich Schiss vor. Warum? Weil, überleg mal, wenn diese Fähigkeit eine körperliche Fähigkeit ist, also die kannst du halt einfach nutzen, weil du psychisch drauf bist oder so, keine Ahnung, könnte es sein, dass die irgendwann versagt. So wie alle unsere Fähigkeiten, irgendwann vielleicht durch Krankheiten oder durch... Gut. Weg mit der Scheiße, Bruder. Weg mit der Scheiße, Bruder. Durch Krankheiten oder durch irgendeine andere Sachen beeinträchtigt werden. So, zum Beispiel, stell dir vor, ich werde halt unsichtbar in meinem Perf Mode und kann halt irgendwann nicht mehr sichtbar werden. Das wäre schon richtig scheiße, aber das wäre jetzt nicht super schlimm. Aber stell dir vor, du hältst die Zeit an und die kannst du einfach nie wieder laufen lassen. Da falle ich dir einfach voll Schiss. Ja gut. Ja gut. Es wäre... Ja gut, schon. So. Aber stell dir jetzt einfach... Stell dir jetzt einfach... Wenn das so ein Geldschutz wäre, wäre das anders, glaube ich. Ja. Es ist halt einfach überhaupt so, jede Fähigkeit hätte dann in dieser Prämisse irgendwie einen krassen Nachteil. Ja, genau. Schäfer, du könntest fliegen und dann irgendwann, was weiß ich nicht, so verlässt dich diese Fähigkeit. Oder du hast halt... Bist halt schlecht drauf, stößt abarmt. So, ja, hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Alter. Ja. So, wenn du schon so argumentierst, dann ist das... Ja, nee, aber überleg doch mal. Ja, klar. So. Ja, wie du sagst, jede Fähigkeit hat ihre Nachteile und die Nachteile bei den Zeitanheiten finde ich einfach super scheiße. Ja. Also, fände ich super scheiße. Das wäre halt richtig kacke. Oder halt, dass man so... Dass das körperlich auch... Du die Zeit dann so... Dass du dich bewegen kannst in der Zeit, so. Dann wäre das Problem nicht mehr. Dann wäre es halt in deiner Welt für dich. Dann hättest du einfach mal kurz... Ja, ja. Ja, aber für immer wäre halt richtig scheiße. Für immer? Warum? Nein. Ja, wenn das halt abkackt, ne? Ja. Ja, ich hätte Schiss. Zeitreisen ist einfach gefährlich, Leute. Zeitreisen ja nicht. Also, eh, auch Zeit anhalten. Zeitmanipulation ist gefährlich. Puh. Wie ich sage, oft hat man dann einfach Momente, wo du denkst, okay, einmal kurz durchatmen. Und dann die Sachen so... Ja, ja. Und dann rationale betrachten. Und dann geht's ab. So, das wäre doch schon manchmal so ganz gut. Gerade für den Typen hier, der einfach ein super impulsiver Mensch ist. Hey, ich bin gar nicht superimpulsiv. Was fällt ein? Gut, ich bin auch nicht viel besser, aber... Ich bin wirklich nicht so... Also, ich war mal ein bisschen impulsiver, ja, aber... Ja, es hat sich... Es hat sich schon gelegen. Ich glaube, da bin ich tatsächlich sogar ein bisschen impulsiver als du, aber... Ja, wahrscheinlich. Eigentlich bin ich überraschend rational, wär's verwundert, ja? Hm... Jedenfalls, das wäre so mein Jam, sowas, wo ich dann sagen würde. Es ist jetzt vielleicht nicht so Besonderes, aber... Es fängt schon mal richtig scheiße an, Bruder. Also, es wäre halt für mich etwas, wo ich sagen würde, okay, so, das würde mir... Das wäre nützlich in meinem Leben, so, das wäre was... Das würde mich schon reichen. Ein bisschen Bescheidenheit, muss ja auch sein. Aber es wäre halt nützlich, und ja, in der Argumentation vor allem, aber gibt's noch irgendein anderes, ganz bestimmtes Szenario, wo du sagen würdest, das wäre richtig geil? Ähm... Ja, sicher. Zeit noch kurz anhalten, so, wenn du mal eben, was weiß ich... Du kannst die natürlich auch für Scheiße benutzen, wenn es halt, so wäre, dass du in der Zeit dann noch bewegen kannst. Also, es ist die Zeit quasi für dich weiterläuft, aber für die Außenstehende anhält, könnte es natürlich auch nutzen, irgendwelche Leute geklauen, oder was ist es nicht? Ja, wenn wir davon ausgehen, dass dein Körper davon nicht betroffen ist. Ja, du hast ja, weil du hast ja gesagt, okay, äh, oder ich hab gefragt, und du hast dann ja gesagt, ähm, dein Geist ist nicht betroffen, dein Körper aber schon, weil sonst ergibt das ja keinen Sinn. Ja. Die Zeit ist ja nicht nur gebunden an bestimmte Objekte. Wenn du jetzt über die... Glaube ich. Wenn du jetzt über sowas diskutierst, dann hat diese Diskussion keinen Sinn. Ach so, das sagt er, wenn er nie mehr weiter weiß. Du redest über übernatürliche Fähigkeiten und dann... Ja, die müssen ja auch einer bestimmten Logik folgen. Und die Logik bestimmst du, oder was? Nein, die Logik versuche ich mir zu denken. Ach so, jetzt, jetzt macht er so. Mann, wir töten diese Geist nie. Scheiße. Ich schütt mich schon mal was noch. Ja, schütt dir mal ein. Ich trinke noch mal. Tö. Ah. Fuck my life. Ei. Ja, Leute. Ist schon mal nicht allzu optimal für uns an der Stelle. Könnte man mal. Aber ja, keine Ahnung. Okay, unsichtbar wären für Perf-Sachen, Zeitreisen für smarte Sachen. Zeitanhalten, Entschuldigung. Aber durch die Zeit zu reisen, wäre auch cool. Das ist super cool, aber das würde so zu viele Probleme bereiten. Ja, ganz ehrlich. Man kennt das Paradox. Ja, wir haben alle Rays gesehen, Leute. Ja. Oder andere Zeitreiseplots. Das ist ja so dieses typische, oh, du kannst dich zwar durch die Zeit halten, aber ein Paradox. Und... Ja. Das ist zurück in die Zukunft. Habe ich leider noch nie gesehen. Habe ich auch immer Bock gehabt. Möchte ich mal nachgehen. Dann wollen wir das mal machen, ja. Ja, genau. Können wir was zusammen machen, ja. Ich glaube, ich den zweiten Teil. Den habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Okay. Können wir uns einfach... Ja, dann können wir uns einfach beide gehen und dann... Oh. Das ist ein schöner romantischen Filmabend. Können wir auch mal machen, Leute. Ja, Netflix und chill. Da fällt mir ein, lass mal irgendwann echt zu Okini gehen, Leute. Ich habe richtig Bock. Ja, können wir machen. Das Ding ist, Leute. Ich habe einfach in letzter Zeit so schmacht auf die asiatische Küche, auf Sushi und alles. Also vor allem auf die japanische Küche. Und ich habe einfach richtig Bock. Und da ist halt auch so ein richtig gutes Restaurant für Sushi in der Nähe meines Arbeitsortes. Meines Arbeitsplatzes. Oh mein Gott. Ja, falls du es nicht kennst, Winnie Pooh. So. Und dann hat irgendwas gesagt, da steht Deutscher. Und da drunter Winnie Pooh mit so einem Anzug. Und da ist dann einfach super dumm umschrieben. Aber so, dass es sich halt krasser anhört oder so. Und jetzt in dem Beispiel halt lustig geformte Kartoffelgesichter. War das rassistisch? Ja. Ja, ich fühle mich als Deutscher jetzt sehr beleidigt. Das ist schon okay. Rassismus gegen Deutsche ist egal. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus heute jetzt. Ja, Leute. Und das Sushi ist einfach richtig lecker. Aber auch teuer. Oder gibt es diesen anderen Laden in der Endstadt. Das ist das Okini. Und da kannst du halt einfach All You Can Eat Sushi gönnen. Boah. Darauf hätte ich einfach so schmacht, ey. Da habe ich einfach richtig Bock. Ich weiß gar nicht, wie teuer das ist letztendlich. Da zu essen. Im Okini oder? Ja, ja. Okay. Keine Ahnung, war ich auch noch nie. Hä, du warst doch noch nie? Nee. Okay. Wo ich mal hingehen würde, ist das Sanjis. Alter. Ist auch so ein All You Can Eat Sushi. Und es ist wirklich angelehnt an den One Piece Charakter Sanji. Das ist korrekt. Das Logo dieses Ladens ist halt einfach so ein Chibi von Sanji. Das ist halt auch auf den ganzen Tellern drauf und so weiter richtig gut. Davon hat mein Cousin mir mal erzählt. Und der gute Vanity war auch schon mal da gewesen. Er hat es mir auch empfohlen. Aber boah, ich hasse einfach diesen Artstyle von Chibis. Und Vanity. Aber vor allem den Artstyle von Chibis. Keine Ahnung, es ist einfach so scheiße aus mit dem großen Kopf. Fühl nur ich so, Leute. Denkt ihr, Chibi sind alle cool oder so? Alter, der hat richtig Bock mit seinem Schwanz zu reden. Den hab ich noch nie gesehen. Das war jetzt ein bisschen... Da kennen wir aber immer mehr, ne? Ja. Beatrice zeigt uns immer mehr von dich. Irgendwann kennen wir Beatrice gut genug für den Heiratsantrag. Ja. Das ist Persona, den Social Link. Ja. Jeder Besuch einfach Social Link ab. Ey, ich will aber, dass das so endet, dass wir Beatrice umbringen. Und nicht, dass es so endet, dass wir mit Beatrice heiraten. Hä? Scheiße. Beatrice und Uwe, die haben einfach Bock auf uns. Boah. Ich überleg gerade, ob ich jetzt dieses Blitzpulver nehmen soll. Aber ich hab das Gefühl, ich werde einfach Incent verkacken. Hä? Das Ding ist... Das zu nutzen dauert halt super lange. Und das Risiko, dass du da erwischt wirst, ist einfach enorm hoch. Ich würde jetzt einfach weiterzocken, so. Ja. War jetzt auch meine. Ich will zeitlich wasten. Du kannst es ja gleich nochmal mitversuchen. Ja, ja. Mach mal. Oder auch du dann, ne? Halt vor dem Kampf zu benutzen. Weil ich glaub, im Kampf ist es einfach keine gute Idee. Oh, wir sind dort. Dankeschön. Okay, ich muss jetzt hier weg. Boah. Hilfe. Kennt ihr Leute diese Pärchen, die einfach unfassbar nervig sind? Und die sind halt so ekelhaft süß zusammen. Und eigentlich ist das auch richtig schön und so. Aber die sind halt so nervig, wenn sie zusammen sind. Und mit euch sprechend interagieren. Und Beatrice und Uwe sind genau so ein Pärchen. Genau das wollte ich sagen. Die sind halt einfach... Wenn die zusammen sind, die sind einfach so nervig. Ja. Aber alleine einfach richtig chilliges Leben. Alleine einfach bis Leben. Alleine kommen wir richtig gut mit denen. Klar und so, aber... Aber wenn sie zusammen sind, ist halt direkt beschissen. Prost. Auf Beatrice und Uwe. Das ist schon reudig. Ja, Leute. Und sonst, wie geht es euch so? Schreibt mir jetzt in die Kommentare. Bitte. Na, fan. Ei. Du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Boah, wenn der kleine Fresse so süß sagt, dann können wir eigentlich nur noch gewinnen. Leute. Ja. Da gebe ich mir langsam ein bisschen Mühe. Das wasn't even my final form. Ja. Ich spiele dir mal ernst. Ja. Okay, ich habe anreizt. Ich petze dir den Kopf, wenn du bei diesem Versuch schaffst. Oh ne. Bitte fass mich nicht an, Alter. Ja. Unangenehm. Vanity hätte ich da mitbekommen. Ja, safe. Ey, wir haben so einen Kollegen und wenn man mit ihm zockt, dann kommt manchmal durchaus der Spruch, jetzt mache ich aber ernst. So, als wäre der die ganze Zeit nicht ernst gespielt. Und ich fühle mich einfach genauso wie der Typ. Jetzt mache ich ernst. Ja, jetzt, Bruder. Ich schwöre. Ich schwöre jetzt. Und dann guckst du, wie ich gleich einfach genau die gleiche Scheiße wie immer mache. Ja. Das ist toll. Verfickte Scheiße. Alter. Der hat mich einfach gekontert. Junge, dass der das kann, Alter. Alter, der ist einfach ein Gott. Ich nehme alles zurück. Ich glaube, er spielt jetzt ernst. Fuck. Man kennt doch mal, das ist Sir Lancelot, ja? Hey. Müller, der heftigste Ritter der Tafelrunde nach König Arthur. Junge, seine Tafel will ich aber nicht umrunden. Lass mal direkt gehen. Hä, wieso nicht? Das finde ich jetzt. Kennst du wirklich die Lore so darum, um König Arthur, und Lancelot und... Ja, klar. Arthur hatte ja so dieses krasse Schwert. Das hat er von der Dame am See bekommen. Excalibur, das Zauberschwert, der Geil halt. Und jeder, der Excalibur gezogen hat oder so, wurde dann König. Oder so? Ey. Töw, töw, töw. Und ja, dann war er halt King und hatte seine komischen Ritter, die Tafelrunde. Die waren halt super krass, die waren so Elite-Kämpfer. Aber letztendlich haben sie ihn irgendwie verraten oder so? Oder ein paar haben ihn verraten? Keine Ahnung. Ey... Ich weiß nicht doch ich. Wollte ich damit sagen. Hab ich mir schon gedacht, dachte ich. Das Ding ist halt so Es gab ja Ich hab halt nur noch zwei Estos Ich werde jetzt nicht Unser Zauber wasen Das Ding ist halt Das ist tatsächlich ein Übersetzungsfehler Das Excalibur ist schwer, dass du im Stein Das Schwert Das Artus aus dem Stein gezogen hat Heißt eigentlich Caliburn Und dieses Schwert Es wurde gesagt, wer dieses Schwert aus dem Stein Einziehen kann, wird eines Tages König von England werden Ich wäre gern ein König von England Arthus hat das Schwert Gezogen, ist ein König geworden Hatte seine König Hatte seine Ritter der Tafelrunde aufgebaut Und ich glaube in einem Krieg oder so Oder kurz vor einem wichtigen Kampf Ist Caliburn dann Zerstört Wurden, also es ist auf jeden Fall Auf jeden Fall Zweit Verbrochen So Und Dann ist Artus zur Dame vom See gegangen Und Hat sich da dann Das hat sich da dann einem Rätsel gestellt Und Weil er dieses Rätsel dann Was das für ein Rätsel war Weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau Jedenfalls Hat er dann Weil er dieses Rätsel Geschafft hat Das Schwert Excalibur bekommen Okay So was halt ich glaube Durch jedes Material auf dieser Welt schneiden konnte oder so Also auf jeden Fall krasses Zauberschwert Ja Und das Ding mit Lanzelot ist Lanzelot Hat sich in die Geliebte von König König Arthus verliebt Ich glaube sie hieß Gwenevere oder so Boah schöner Name Jo Und Fuck Er war aber War aber halt ein Rütter der Tafelrunde Und einer von Von Arthus Besten Besten Freunden Und ist dann halt mit ihr durchgebrannt Und dann gab es ein bisschen Stress Zwischen König Arthus Und ich meine Aber nur so ein bisschen Ja Wir kennen das halt so Bros for Hose und so weiter Und Lanzelot hat das halt einfach gebrochen Und ja Größter Hurensohn Ja genau Ja I don't know Wo die Liebe hinfällt Ja Hat irgendwie was romantisches Finde ich Und diese Gönig wäre Scheide auch was für Lanzelot übrig gehabt zu haben Oder sogar mehr Wenn sie sich darauf eingelassen hat Ja Es war ja keine einseitige Sache dann Jo das ist halt auch immer so ein Ding Irgendjemand hat mal gesagt Wenn du dich jeden Jeden zwei Leute verliebst Oder verliebt dich in die Dann will die Person In die du dich als zweites verliebt hast Weil würdest du die erste Person Wirklich lieben So Bruder Dann hättest du dich ja nicht in die zweite verknallt Oder? Ja das Ding ist Hilfe Die menschliche Psyche ist nicht so einfach gestrickt Ich weiß So es gibt ja auch Beziehungen wo Menschen einfach mehrere Partner haben So oft eine Beziehung und die funktionieren überraschend gut Ja Also das kann man auch nicht pauschalisieren Da gab es auch einen Begriff für Also der Begriff dass man nur einen Partner hat ist ja Monogamie Aber wie das war wenn man halt Ja das weiß ich nicht Ich auch nicht Ist halt so das Gegenteil von Monogamie Duogamie Multigamie Oh Ja I don't know Keine Ahnung Mir ist der Begriff entfallen Liebe ist sowieso ziemlich Ziemlich türkisch Türkisch ja Nicht türkisch Nicht Nee Denn letztendlich kannst du ja nichts dafür wie du fühlst Oder was du fühlst Und auch wenn du weißt rational ist Ist einfach eine beschissene Idee Was das Herz will Das will das Herz Ja Leute So ist es halt einfach Ich nutze das Pulver diesmal auch nicht Ja Ist einfach zu beschissen Es fängt schon an Wir werden immer schlechter Oh Gott Ja Die Skillkurve Nimmt langsam ab Das ist wie eine Parabel Ich bin am Anfang scheiße Weil ich die Steuerung nicht kenne So Fang hier unten an Oh ja Dann werde ich irgendwann krasser Und dann kickt der Alkohol Und dann direkt steiner unten Dann ist er vorbei Dann ist komplett over Oh Gott Fuck Zur Not haben wir noch ein paar Brandbomben und so Aber Ja aber die sind nicht so stark Wie die schwarzen Brandbomben Die wir schon verschwendet haben Oh Ey benutzt man Ja 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 Cool Cool Bringt uns gar nichts am Hinterrister Obwohl doch er kann seinen komischen Schwanzmuck nicht mehr machen Ja Das ist schon nice Es ist leichter auf Distanz zu bleiben Und sicherer zu spielen Ja Obwohl was die Nike Werbung uns beigebracht hat Es gibt nichts gefährlicheres Als auch sicher zu spielen Ja Okay Erklär mir die Nike Werbung Bruder Das war halt so eine super lange Werbung Von Nike So als Für Fußballschuhe Mhm Und es Die Lore dieser Werbung war halt so Dass Fußball Ersetzt wurde Und es so Roboter entwickelt worden sind Die dann halt so Oh die habe ich gesehen Ja ja Die dann halt quasi so Perfekten Fußball gespielt haben Keine Fehler gemacht haben und so weiter Und es wurde halt einfach super langweilig Für die Zuschauer Weil jedes Spiel einfach nur 0-0-Ausgang ist Weil wenn jemand Fehler macht Logisch Ja Dann Ne Und dann Die Profis und so weiter Waren halt so ein bisschen getriggert So alter Dieser Fußball ist halt mega langweilig Wir haben unsere Jobs verloren So durch den Scheiß Sie klaren unsere Jobs Genau Und haben dann so Diese Roboter Haben sich zusammengeschlossen Um diese Roboter zu einem Spiel Äh Heraus zu fordern Und es war dann halt so Diese Mess Äh Diese Messer Diese Profis haben halt so richtig Riskante Spielzüge Äh Als ob mich das erwischt hat Haben halt richtig riskante Spielzüge Äh Rausgehauen und so weiter Sachen wo man sagt Alter das ist wahnsinnig Also So Als ob Das ist einfach scheiße gefährlich Und die Message war halt einfach so Es gibt nichts gefährlicheres Als auf sicher zu spielen Einfach weil Ne Manchmal muss man eben Ein Risiko eingehen Um etwas zu bewirken Um halt etwas Großes zu Äh Zu erreichen Wenn ich wage Der nicht gewinnt Ne Ganz genau Prost Prost Darauf trinkt mal Ja Den Zuschauer haben wir jetzt das Auf die Auf dem Weg mitgegeben Und jetzt Also Pädagogisch wertvoll auf jeden Fall Das Video Ja Kann man nicht anders sagen Leute Könnt ihr auch eurem dreijährigen Sohn zeigen So Ja Genau Die geile Nike Werbung Da lernt ihr was Ja Da lernt ihr richtig viel Ne Für dich eigentlich ganz schön Auch allgemein wenn Werbung So eine Message hinterhaben Ja genau Was es ja einfach ist Ja unser Produkt ist geil Gib mir Geld Und dann Ey Weißt du Die Werbung ging glaube ich Hat auch einfach 5 Minuten Also die haben sich da richtig Ähm Die haben sich da halt richtig Mühe gegeben Und so weiter Dann denke ich mir so Okay Die sind halt wirklich dabei Und jetzt nicht irgendwie so Alles klar Also kauft unser Produkt Dann natürlich auch richtig essen Wenn du die ganze Lärmung gucken musst Ja aber Wenn es halt so Wie gesagt Das habe ich schon gefallen Ich mir so okay Dann gebe ich mir jetzt vielleicht nicht ein zweites Mal Einfach weil es so lange geht Aber No No Wie gesagt Fand ich ganz schön Hab ich mir noch Ja Und das war dein Fehler Also seiner Ja Er hat das auch auf sich hier gespielt Ja er hat auf sich hier gespielt Er hat das verkaufen Und dann Absolut dumm Ähm Tja Hm Ne wir bleiben mal bei dem Schwert Jo mit dem können wir die Fischer Wolle Mit dem anderen auch aber nur mit dem großen Schlag Ja und so können wir die haben Doch ich mit dem normalen sogar Ja Ich glaube ich weiß nicht Hab ich das Spiel auch gespielt I don't know Ich weiß nicht welches Spiel du gespielt hast Aha Aber ich habe Dax Huls gespielt Ach so ich dachte Ich Ich will gerade was anderes Hallo Kitty Online Ey Kein Wort gegen mein Lieblings MMO Ich wusste es Ich wollte Hallo Kitty Online mal echt spielen Und daraus ein Video machen Ja Aber irgendwie kam ich nie dazu Also ich war auf der Seite Aber man konnte sich glaube ich nicht mehr anmelden Oder so Boah Ey Scheiß Ja Ey ohne Scheiß Keine Fans Nein Nein verstehe ich dich Willst du dir jetzt gleich das Pulver gönnen Das ist schon ein Blitzpulver Fühlt sich bereit Fühlt sich im Flow Bist du bereit für den Ja langsam können wir auch mal gewinnen Das ist der Tag auf den wir gewartet haben Das ist der Tag auf den wir gewartet haben Das ist der Tag auf den wir gewartet haben Das ist der Tag auf den wir gewartet haben Und jetzt geh durch den Nebel und schlappen Und dann öffne das Tor Ja Ich will Ich will sagen dass die Priester und alle Sünden Alle Sünden Sünden vergeben haben Und so weiter Ja auch gegen Geld Oh Alter der Der an sieht gut aus Pax den Jinx ist nicht He 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 Ich hab das so was von Jinx zwar Ja Jetzt sind wir mal über Über die Priester von damals Und ihre kommende Scheiße Die haben den Leuten ja Absurde Mengen Gold Und Weichtümer Absolution versprochen Ja man einfach sagt so Hey Du kannst zu viele Sünden begeben wie du willst Gönn dir einfach richtig Aber Wenn Das wird dir alles von den Göttern Von den Göttern vergeben Wenn Du uns einfach so eine absurde Menge Geld gibst Und natürlich die A wiegen uns weiter Die haben was weiß ich nicht Leute gestohlen Und Scheiße gebaut Und waren einfach die übelsten Arschlöcher Aber Ihnen wohl hat gesagt so Ja Du hast Und jetzt was weiß ich nicht 3000 Gold Minzen gezahlt Ja Korrekt Ja 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 Doppelte Menschlichkeit Ja Ja Weil wir zu zweit sind Geil Ja 11.000 Seelen Nice 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 Wollen wir den Helm tragen Eigentlich sehen wir ohne Helm schon ganz süß aus Ja finde ich auch So jetzt gehen wir da hin Bruder Und dann machen wir unser Ding Ja man Wir sollten schnellstens eindeutig versuchen Ich guck mal ob hier noch irgendwas ist Keine Sorge die bleiben tot Also auch wenn ich jetzt sterbe Ah korrekt Alles klar Ich kann einfach in den Abgrund rennen Und dann müssen wir den nie wieder machen Ich schwörs Ich schwöre Das ist so Guck ich zeig dir das Nein Dann müssen wir das nochmal machen Stop it Fuck Du spielst das Spiel jetzt aber durch Du bist laut Du bist im Flow Okay Lag bestimmt nicht nur an unserem fucking Blitz Bullshit Ey aber wie perfekt das gepasst hat Das letzte Blitzding hat uns einfach den Sieg gegeben Ja man Ich glaub hättest du jetzt verkackt hätten wir es einfach nicht mehr geschafft Doch Die wieder auch safe Aber es wird weiter länger gedauert Und es wird deutlich schwieriger geworden Ja Alter Gern geschehen Ja mal die Glocke läuten Oh Leute die Glocken Bruder Ich weiß nicht wieso wir das tun Aber ich glaub das müssen wir tun I see Ja So wie lange nehmen wir denn schon auf an der Stelle Wahrscheinlich lange genug Ja Ich glaub das ist ein gutes Stündchen Gut Leute Wir haben die Glocken geläutet Und damit könnten wir ein paar noch beenden So ist es Vielen Dank fürs zugucken und fürs zuhören Ähm Wir sind gar nicht mal so scheiße Wir haben es endlich geschafft Leute Cool Hat auch nur Eine Stunde gedauert Eine Stunde gedauert Eine Stunde Eine Stunde Haut rein Leute Ciao Ciao Ja die Untertitelung des ZDF für funk, 2017